Musik Boah Leute Hat so gut wie keinen Schaden gemacht Schau nur doch mal ein bisschen MP ist immer ganz gut Oh kommt schon Ja ja er macht ja nicht viel er macht ja nicht so große Attacken deswegen kann man uns da mal so ein bisschen versuchen zu klauen Aber es funktioniert nicht es klappt einfach gerade nicht Feuer Juhu ist echt erst war der angst laut und sonst ist nicht einfach gar nicht gesehen ganz ehrlich ich habe wieder fehlgeschlagen Irgendwann wird es schon funktionieren einfach so lang klauen bis es nicht mehr geht wird das eigentlich relativ schnell beenden aber naja Feuerstock geklaut hatte noch irgendwas was ich kaufen kann äh klauen kann nicht kaufen ähm dann schauen wir mal einmal wieder bitte hat er noch irgendwas was wir noch nehmen können ein habe nichts okay dann können wir jetzt das tut weh so kraft klinge wie gut ist denn die heilen kann ganz ehrlich hat natürlich keinen schaden gemacht das war so klar 132 einfach drauf kommen verfehl verfehl also schaden der ist ja vollführende story ach nein scheißes liegen nach vorne auch passiert verfehlt auch kommt schon ernst oder was da ist eigentlich drauf klopft man könne etwas anderes machen ach ja mit einem draufhauen was geht ok steiner ist kurz vor dem weg ich hoffe draufkloppen bis zum geht nicht mehr er macht einen schlag ok soll er machen wir hauen drauf bis zum geht nicht mehr das ist ein relativ unspannender spektakulärer kampf war halt nicht viel passiert und das war es gewesen mit ihm damit wäre er besiegt besiegt so wir kommen fünf erfahrungswunde also nicht erfahrungswunde ähm ability points genau aber warum nur warum warum nur hat er mich verfolgt wo er doch kaum noch stehen konnte princess momencia wurde angeblich von einer armee von schwarzmagiern überfallen ich weiß von schwarzmagiern wie dem vorhin wurden die menschen von momencia überfallen und so aber wer sollte interesse daran haben so etwas du hast wohl immer noch nicht verstanden und so was soll das heißen steiner hört bitte auf ich weiß es doch schon ich weiß es doch schon längst Prozessin? bald erreichen wir alexandria und wir sollten uns beeilen ich muss ich muss mutter sehen bestimmt bestimmt wird sie mich verstehen wir müssten doch bald da sein du hast es also schon gemerkt also ist alexandria in bomezia eingefallen ja sicher ich bin schließlich nicht scheiner irgendwie hast du dich verändert ich? meinst du meine sprache? nicht nur deine sprache das kann gut sein und es ist auch so vieles passiert seit damals achja fast hätte ich es vergessen was denn verändert und vor allem verbessert haben sich auch meine kampffähigkeiten ich werde schon keinen klotz anbeinen sein um was geht es jetzt denn so? ihr solltet äh doch in Träno nach der Silbernadel suchen oder? naja wenn es denn sein muss ich werde dich wahrscheinlich eh nicht davon abbringen können dann wäre ja alles erklärt nicht wa? Träno wir kommen aber was Träno wohl für ein Ort ist vielleicht hat sich doch nicht so verändert was hat sie sich doch nicht so verändert hm hm ok gehabt euch wohl hm da vorne gibt es eine kreuzung der rechte weg führt nach Träno der linke nach Zali ok ja 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 das wäre der Licht und Level Up ok da haben wir E-Craft Klinge das wäre der Licht und Level Up und um 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 Ja, also, ähm... Da klingelt mein Wecker wieder. Die Zeit ist mal wieder um, aber das werde ich jetzt eben noch machen. Ähm... Gut. Da haben wir wieder was zum Verkaufen wahrscheinlich. Seid willkommen! Ah, okay, das war die Aushilfe, die uns da... die mit im Zug gesessen hat. So, Zelte haben wir noch fünf, okay. Ich werde auch mal sagen, wie es ist. Mal gucken. Ähm... Und auch die größte Gefahr unter dem Himmel soll unsere Freundschaft nicht trüben. Ursfrust von Lind... äh, von Lindblum. Sid, Fabel der, ähm, achte. Sechstiger, achte. Die Gondelbahn Bergmeer wurde zum Jubiläum des 20-jährigen Bestehens der freundschaftlichen Beziehung zwischen Lindblum und Alexandria errichtet. Okay. Ähm... Weiß grad gar nicht. Rechts, links, links, rechts, links, geradeaus, rechts. Ähm... Dann, äh, gehen wir nach rechts. Hüpf! Was haben wir hier? Irgendwas, wo es runter geht? Okay. Oh, ne Kiste, cool. Mit 1610 Geld. Läuft! Hier kommst du nur mit der runtergelassenen... Da passiert schon, bitte. Alles klar, lass uns hier an. Ey, lass das Tor runter. So, wir sprechen mal auf Weltkarte und dann ist diese Part auch vorbei. So. Alles klar. So, meine Lieben, dann ruf ich mal unseren Mokri her, der durch den Abgrund läuft. Interessant. Ich speichere Kupo. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir sehen uns den nächsten Partner von Final Fantasy IX wieder. Wenn es wieder heißt. Let's play Final Fantasy IX. Bis dahin. Euer Nighty Zockt. Und immer schön abonnieren, kommentieren und liken. Ich glaube, ich kann gost sein. Ich denke mal auf jeden Fall. Ich gehe mal auf jeden Fall.